kritik ja komm nein mir geht das essen aus so haben wir zufälliger weise schade dass er keine goldrüstung gespawnt hat um mal finden sie jetzt nicht oder drin ist eine spinne und schwein hat ein schwein überlebt okay das wir hätten alle gehabt ja wir sollten uns hier ziemlich schnell verziehen so dann haben wir auf jeden fall schon mal genug essen und konnte man nicht ziehen ja das ging ja doch schon hier genau so machen wir fünf boote so dann würde ich sagen wir verschwinden hier gleich nehmen alles mit und verschwinden hier sind da drüben jetzt da drüben sind kühe wollte mich ich dachte ich spawne nicht mehr so okay ist ein risiko jetzt rüber zu gehen ich mache können wir uns damit gleich eine rüstung schon machen alter was sie alles gespawnt ist ich bin reich komm her komm her gib alles her was du hast schweinefleisch ja richtig was ist das denn für eine insel hammer ja genau da ist ein creeper da ist ein creeper da ist ein creeper nein 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 geh lass mich nur stirb stirb wie viel leben hat er denn danke oh Gott und das ist das ist nicht unser erster den wir erledigen müssen wir brauchen ja noch tnt müssen wir auch erstellen wir haben jetzt einen gunpowder alle so zwei leder wir haben nur zwei leder bekommen ernsthaft ernsthaft wie lange geht denn eigentlich nie nach kann die mal vorbeigehen bitte wir hauen hier gleich ab wir hauen hier gleich ab ich mache mir nur das essen fertig das ist zusätzlich haben wir jetzt mit etwas glück zumindest mit den sachen essen habe haben wir genug dafür fehlt uns das an allen anderen sachen so ok hier machen wir eben beef beef mal ein bisschen rum ich bin gerade überlegen ob wir das holz ein bisschen retten ich glaube das machen wir auch mal setzen dafür nochmal in kohle rein das ist gut das ist gut das ist gut das ist sehr gut so und dann mal gucken macht das alles angst hier ach ja und noch eine kleine info am rande wenn 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 es dazu kommen sollte dass das nächste update 1.8 rauskommt da gibt es ja noch hasen etc fische dann müssen die ganzen sachen auch mit gesammelt werden und das wird ein richtig schönes problem die nämlich meistens ist ja finde ich zumindest so wenn neues update rausgekommen sind und dann neue oder so dass man die sachen erstmal gar nicht findet und zwar eine ganze weile nicht da muss man viel reisen und so das wird übel schwer aber das gehört damit dazu es gehört mit dazu und daher muss ich das dann auch sammeln auch wenn es mir nicht gefällt so ich glaube wir haben jetzt gleich genug essen noch mal ein scharkohl rein der mode ist gleich unten ja geh runter damit das tag ist aber interessant nur ein creeper und ein zombie in der goldrüstung was ist das hunde hunde ne ne was brauchen hier bitte sehr ich dachte ich spawn nicht mehr wenn weg ist es weg so ungefähr naja bei hunden weiß ich das nicht aber bei hühnchen etc und so und mit den anlegen trocken die irgendwas stirb ist irgendwas getroppt aus erfahrungskugeln schnell wieder hoch schnell wieder hoch schnell wieder hoch nein 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 danke glaube wir bauen uns aber trotzdem so ein kleines nettes haus zumindest und nicht nur eine pappmaché aus erde und sonst wie weil das ist der sinn von mein kopf eigentlich ne ne hier ist ein pferd ja toll das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen super arsch 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 ja brauchst gar nicht ja ja strampel dir du mal rum so ich will eine erfahrungskugel zumindest haben strafe muss sein wir spawnen hier bitte selbst wenn ihr diese midi lag zwischendurch habt ja das liegt an mir das ist es ist bei minecraft ist ja immer noch in sachen performance ne ziemliche krottige geschichte und wenn man keinen super mega ultra mega hardcore pc hat dann wird das nichts okay behalte ich immer äh denn dennoch trotz und so weiter und weil ich weiß was ihr da zählt äh glaube ich läuft das gut genug um zu sagen man kann es sich ansehen zumindest so ich würde sagen wir gehen weiter in die richtung heißt boot nehmen und los geht die reise da 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 los geht die reise da 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 los geht die reise aber die mikrofoneinstellung und so alles in ordnung könnte sein dass ich das ein bisschen plastikmäßig anhört oder so ich habe jetzt nicht äh mein richtiges mikro dran sondern dings weil ich übersturz einfach aufnehmen wollte und ja 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 so ist es halt so bin ich drauf momentan so ein gut sah gerade aus wie ein creeper da unten oder so im wasser da da ungefähr so zwei neue inseln neue insel neues glück ich will aber keine inseln ich brauche irgendwie festen oder so okay das ist jetzt schon etwas größer aber oh das könnte doch fest sein das könnte fest sein was meckere ich eigentlich hey das sieht gar nicht mal schlecht aus glaubt da gehen wir mal hin da gehen wir mal hin äh ja genau eigentlich habe ich gesagt absteigen aber das hat er jetzt nicht so wirklich gemacht nun gut sei es drum oh das liebe ich das liebe ich warte hä flop wollte gerade sagen wieso funktioniert denn das nicht auch flop oh man ich mag es mag es sehr gern so äh aber es ist auch nur so ne weiß ich nicht konnte man eigentlich nochmal schweine zähmen ich hab das nicht mehr im kopf oh da die nächste blume haben wir die schon mal und wir können nichts mehr aufnehmen ja alle juli hier ok wir suchen uns eine weitere imsel wir suchen uns eine weitere imsel das ist na komm her schweinchen komm her ja stirb stirb du auch wo ist das letzte schweinemörder so äh ja da hinten hätten wir jetzt nochmal holz das könnten wir im prinzip abholzen das wäre jetzt nicht schlecht äh mach ich mal am besten auch und dann reisen wir weiter bis wir irgendwie was festlandmäßiges finden was zu gebrauchen ist und sollte es jetzt nacht werden wäre es jetzt auch nicht so schlimm wir könnten trotzdem reisen also da gibt es kein problem so gehen wir kurz weg ach Gott hauptsächlich wir haben gleich genug holz das wäre ja echt naja so also ein material fehlt es uns momentan nicht um nur noch eine Unterkunft etc zu bauen aber an allen anderen Ecken, Kanten, Stellen etc obwohl wir sollten den tag jetzt eigentlich nutzen um irgendwie festland zu finden glaube ich ich glaube das wäre sinnvoller jetzt hier die ganze Zeit rum zu graben nehme ich noch ein paar Seeds mit falls da welche rauskommt ja einer sehr gut äh ich glaube wir reisen doch noch weiter wir reisen jetzt weiter wir reisen jetzt weiter da ist ein Apfel das ist sehr gut jep nein ich kann nicht aufnehmen äh sorry du musst gehen vielleicht finden wir schon wieder Blume irgendwann in 10 Jahren ja aber Blumen gibt es ja wie die kann man im Notfall auch ich sag mal in Klammern selbst herstellen das heißt die müssen wir jetzt nicht aufbewahren das Gunpowder ist für mich persönlich schon wichtiger dass wir das behalten so wir müssen uns sowieso eine Abbehausung irgendwie bauen wir brauchen ja eine ganze Schweinefarm und so weiter da müssen wir genug zum Essen haben auch wenn ich immer noch nicht weiß wie man Schweine jetzt ratzehnt Hühner wären wir ehrlich gesagt sogar lieber aber gut aber hier sind ja schon wieder Schweine und daher schnapp ich sie mir schnapp sie mir lalalala so oh mein Shit geht schon langsam kaputt der hat sich gar nicht gut so wer haben wir 18 oh das sieht doch zumindest in dem Punkt sind wir nicht mehr so ich sag mal ärmlich momentan nein Autsch naja gut hier ist eine Höhle ich weiß nicht ob ich da leuchtet das da unten sehr riskante Sache die ich gerade mache schnell mal wieder hoch danke sowas brauchen wir denn aber ja wir haben ja noch Kohle brauchen dann nämlich nochmal Fackeln haben wir keine Stickies mehr also super so nochmal Stickies so kann ja mal kurz gucken ob wir da unten eventuell was finden ich habe schon wieder Hunger ich habe schon wieder Hunger ich glaube da ist aber nichts ne da ist nichts ich sehe da zumindest nichts aber so würde ich sagen wir reisen weiter und ein bisschen weiter und ein bisschen weiter 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 so Schäfchen danke da kommt die nächste Insel Kühe 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 stand da nicht ach so ach so steigt man jetzt mal ja Dings ab okay ich sag ja ich habe Minecraft zumindest das Original nicht mehr so lange schon nicht mehr gespielt ja gut treib ruhig rum ist mir egal so so wir brauchen so viele Kühe irgendwann mal so